ja und da bin ich wieder bei age of empires die neu überarbeitete vision von der ersten fassung von microsoft die könnt ihr nur bei microsoft store kaufen käuflich erwerben so und glaube jetzt haben wir das multiplayer spiel auch nur darüber möglich ich weiß gar nicht ob es mit den xbox 360 leuten auch geht dass man mit denen auch spielen kann keine ahnung das weiß ich nicht ich habe im moment auch noch gar kein mit dem ich das spielen kann ich spiele die einführungskampagne wenn ihr schon die anderen folgen gesehen haben also müssen 1 2 3 4 5 folgen sein nun geht das auf die landwirtschaft und mal schauen was wir da für aufgaben haben so auf geht's die zukunft ägyptens verändert sich der große pharao narmer versucht die königreiche von ober und unter ägypten zu einem vereinten ägypten zusammenzuführen der reichtum aus der landwirtschaft entlang des nilufers wird ihn dazu befähigen seine rivalen endlich zu besiegen übernehmen sie die kontrolle über die dörfer entlang des flusses und erzeugen sie einen überschuss von 800 nahrung um ihre leute und namens kämpfer zu versorgen übernehmen sie zusätzlich die kontrolle über den antiken steinkreis von napta playa der sich in der wüste in richtung westen befindet mit der kontrolle über diese antike ruine wird namer macht gegenüber seinen gegnern demonstrieren seien sie jedoch wachsam gegenüber benachbarten völkern sie müssen diese nicht vernichten aber seien sie sich bewusst dass sie versuchen werden namens ziel ein vereintes ägypten zu unterwandern dann auf geht's das geht los rauskriegen wir brauchen nahrung auf jeden fall aber das ist ein soldat okay das haben wir auch was für so wie er sie zu lenken geht nicht so schnell unbedingt mal stellen nein so wie haben wir von denen 2 bitte ich auf die taste 1 dann auch nahrung beschaffen der ist gleich dazu gewandert ist weit weg gewesen wahrscheinlich deswegen wurde er nicht zu dem team hinzugefügt alles klar wir sollten uns noch ein paar arbeiter zu können ganz klarer fall aber wir haben nicht so viel nahrung und das wirklich zu können aber das ist immer ein bisschen die umgebung klee aufklären jetzt haben wir mit soldaten natürlich versuche wieder mit wst zu lenken am rand ist gut vielleicht haben wir ja noch mal irgendwie auch nicht mal ich kann dass wir den leichter sichern können schauen wir uns mal die umgebung an hier aber kein wasser aber kein wasser das ist nicht gut so sieht es aus wir haben arbeiter holz wir brauchen noch mehr nahrung und leider nichts zum jagen da und gehen wir erst mal pflücken da sind sie es nicht so gut aus hiermit eine schöne enge oder so die vielleicht verteilen können hier haben wir offen auf jeden fall links offen rechts offen dann haben wir hier die mitte offen die es ausschaut die mitte ist offen oder gar schon an greift er an ne der greift nicht an oder der greift nicht an hier sind wir hier auf einen haben wir den neutral hier sind wir neutral der greift uns auch nicht an alles klar okay darf er machen kann er gerne tun wir sollten wirklich schnell aufsteigen hier ne so nur noch gebäude bauen ne wo 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 der greift noch an das heißt dass die neutralität ist dahin feindlich okay okay so da muss ich leider feindlich stellen das tut mir leid und vermeiden ich muss noch ein paar mehr soldaten haben schleider haben auch schon mal nicht schlecht das will ich essen ne können wir einbauen davon schade äh dann tue ich mal hier so dann brauchst du ihn da hin das wasser das heißt wir können ja schon mal einen hafen bauen so und der punkt dazu so team 1 wird dazu alles klar okay die will cut it die will cut it scheiße die stehen scheiße die tun sich nicht im Falle auf die Gruppen zusammen ich hoffe es kommt später dass man sie ein bisschen ein bisschen klingen kann aber das ist noch einer sehr gut naja dann kommt der auch so team 1 dazu wunderbar ähm das wollte ich bauen irgendwas wollte ich bauen Haus brauchen wir die Lager äh Hafen die Hafen ach so Hafen brauchen wir einen Hafen das ist echt hier das ist eigentlich kaputt wenn ich tröde ihn davon ja läuft er weg Fackling sterb Erectus nicht tot zu kriegen ich brauche Raterei ich brauche immer den Reiter so okay kann ich erinnern was haben wir da noch Stahl also kein Holz okay dann geht es mal Holzsack Samus wo braucht er hier bei mir direkt mit dem Dorf ist er doof ja 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 ich hab schau mal den Weg ab so so da warne das ist ja lästig ja rot Es ist geil. Es ist einfach geil. Nein, das nervt. Es ist auch kaputt. Tut sich kaum was. Oh nein. Jetzt haben wir hier gar nichts mehr mit Nahrung hier. Ich glaube da nicht. Ich habe ihn nicht. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr zusammen. Ich bin nicht mehr unterwegs und auch noch die Blumen. Ich habe eine Schwung, die gegenwanderung mit Vorkug gerade ausgespielt. Meine Schwung war sehr schwer. Das ist ja scheiße. Das läuft nicht so gut. Wo kommt der her? Frag ich mich. Stellt sich auch nicht in Kampf der Feigling? So. Nee, zweit lassen wir hier packen. Und dann brauchen wir einen Bauern. Das Haus repariert. So, der hat nichts. Keine nicht bauen, brauche ich 50 Nahrung. Du kriegst Nahrung her. Brauch Nahrung. Wir haben Fische hier am Start. Lass mal den hier irgendwo hinfahren lassen. Ist irgendwas zum Fischen da? Ich sehe hier keine Fische. Da sind Fische, alles klar. Auf geht's. Sei weg. Haben wir sonst irgendwas hier an Nahrung? Ich hab mir jetzt keine Ahnung. Wir haben hier keine Nahrung. Ich hab echt ein Problem mit Nahrung jetzt. Holz kann ich die Fischerbote bauen. Also hier ist das, was kostet, 335. Sollten wir auf jeden Fall machen. Wenn der Computer jetzt schon zu kall aggressiv ist. Ja, hab ich gewusst. Ah, Mann. Ja, greift das an. War weg. Oh Mann, das ist eine Scheiße. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Und jetzt ist alles spannend. Der Kurs hat ja begonnen. Also er hat angefangen, um meine... ...die Gleinz anzugreifen. Ich glaub, das ist für Fischerbote. Es geht rum. Mal schreien. Oh schick. Schlecht aus. So, ich hab's geschafft. Okay, dann können wir einfach mal reparieren. Nee, du musst herkommen. Der Schiff kommt von alleine. Nein, der Siedler rennt los und will wieder herrüber schwimmen am besten noch, oder was? Komm mal dicht an den Strand ran, damit du repariert werden kannst. So, dann versenken wir natürlich hier so ein Boot hier. Ist ja wohl klar. Wo war es, können wir nicht bauen? Naja, wir haben zu wenig verholt. Wir kommen aber noch mal an den Fischer. Zack, versenken. Wunderbar. Und sollten stellen wir da auch dahin. So, ich muss sehen, dass ich jetzt aufsteige. Wir haben jetzt mit ganz mehr Nahrung für Soldaten. Um unsere Daten zu holen. Aber ist schlecht aus. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Mal da fischen. Okay, wir brauchen mehr Holz, wo ist meine Arbeit alle hin? Wo haben wir immer noch alles, wo wir so rumstehen? Wir haben noch so viele gehabt. Wo die hin sind. Was ist die Sorgen für Holz? Okay. Eine längere Folge. Das wird eine längere Folge. Weil ich echt ein Nahrungsproblem habe. Nicht schlecht vorankomme ich. Von hier. Von einem Dorfbewohner gestorben. Hier wieder. Ja, keine Ahnung. Ah, gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Okay. Komm mal. Dorfbewohner? Hier erstmal Holz holen. Röde sind fit. Röde sind fit. Wir müssen erstmal Holz wieder holen. So. Alles klar, die Fischen. Und sorgen für zusätzlich Essen. Das ist gut. Wir wollten vielleicht noch ein Boot. Kostet nicht so viel, ne? Muss ich denn was auch bauen? Hm. Ah, ist das schwer. Wir bauen noch ein Schiff. Und dann von hier dann. Die können wir hier noch verteilen. Da hinten ist kein Fischen. So. Okay. Äh, wo schickt ihr den hin? Die fertig sind. Da hinten. Okay. Wir haben noch keine Personer frei. Okay. Nur weiter vorfahren. Das ist natürlich schwer, lieber hier jetzt die Schiffe zu braten. Ich werde gleich Zähne setzen, ne? So. Ich nehme jetzt gerade auf. Du schießt mich. Hey. Gleich. Ich muss jetzt immer hier Age of Empire zu Ende spielen. Wo ist denn hier? Oh. Cool. Direkt hier seine Wege blockieren. Der baut hier noch. Ah, ich habe zu viele Bewohner. Ach, ich kann gar nichts mehr bauen hier. Verdammter Mist. Aber hier, bauen wir eine Hütte ausbauen. Bombe. So. Okay. Hier. So. Ah, wir haben erreichtlich getötet. Wir sind ein bisschen drückst schmeißen. Sehr gut. So. Äh. 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 Ich glaube, der generell, ne? Wegfahren. So, okay. Alles klar, da haben wir auch so ein Garneschehen. Das muss ich euch jetzt machen. So, jetzt haben wir wieder ein paar Plätze frei. Also wieder Holzer. So. So. Jetzt wollte ich noch ein Schiff bauen, den... Achso, ich wollte einige was anders machen. Das geht noch, komm. Äh. Ja, bau den schon. Dann sind wir dabei. Hey. Das geht noch mal nicht. So, ist einfach so gekommen. Das war schon zu stark, so beschädigt. Das war schon so ein Penner. Hör an. Wie kann das angehen? So. Scheiß drauf. Braucht es E-Huheit. Das ist das Wichtigste für mich. Das ist das Wichtigste für mich. Ich komme gleich wieder. Ja, ich komme gleich wieder. Das war's. So, wir sind mit dem Spiel. Mit Stress, was ist da los? Raubzimmer wäre früher zurück. Als die Leute eigentlich spät kommen, dachte ich. Das haben wir gesagt. Na ja gut. Du musstest halt mit Hintergrundstüren gehen. Ah, ich will nur eine Ruhe. So. Was ist denn, Einkauf hin? Was braucht das? Nein. Braucht nichts, alles da. Machst du was? Okay. Alles gut. So. So, ich bin jetzt ein Konzept draus. Wo wollte ich jetzt weitermachen? Ey, was wollte ich bauen, das weiß ich. Ah ja, hier. Den bauen wir jetzt. Genau. So, ich denke mal, haben wir sich schon stark dezimiert. Noch war der Vorfahrt vielleicht. Ein Fehler, aber gut. Ganz super. So. Ah, cool. Können wir das hier uns auch gleich vornehmen hier. Das ist natürlich auch ab. So. Dann können wir ja bald aufsteigen in diese Epoche, wenn es weiter so geht. Weil es gut läuft. Ähm. Ah, gut. Die Reiterei ist fertig. Sehr gut. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da brauchen wir ein paar Stück von. Das ist Bär. So. Okay. Jetzt müssen wir gleich noch den Hafen von denen finden. Jetzt sollten wir den Hafen von denen finden. Müssen wir nochmal weiter drauf. Da finde ich den Hafen. Das ist mir viel wichtiger. Ja. Das ist mir viel wichtiger. Der hat gemacht wird. Das ist mir viel wichtiger, dass der Hafen ausgeschaltet wird. Das hat mich richtig gegangen. So. Da haben wir es. Jetzt nehmen wir den Griff. Es läuft gut. Es läuft gut. Ah. Können wir den Spinner hier hinschicken. Kann man hier rüber reiten. Ich habe schon sonst keine Ahnung, ne? Nö. Das ist alles friedlich. Schauen wir den da hin. Dann sollten wir hier nochmal Soldaten hinstellen. So. Das war nichts. Das ist nochmal schlimm. Falls wir den Hafen hatten, dann könnte das Schiff auch nichts mehr. So. Bisschen gemein, aber das ist ja alles nichts. Wir müssen ja was erreichen hier. Was wollen wir sonst? Eine obere Ruine? Ich habe die Ruine noch nicht gefunden. Können wir gleich aufklären. Und wir gehen, dass wir ein bisschen platt gemacht haben. So. Was denn? Ne, ist nicht kaputt. Eine bessere ist das. Eine bessere? Nein, besser. Du schüttest nur noch rein und dann stellst du ein, was du brauchst. Und dann nimmst du raus, was du brauchst. Nein, nicht. Ja, weiß ich doch. Ich nehme aber gerade ein Video auf und ihr stört mich alle gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. So. Ist ja toll. Und die Wund. Die Wund. Das dauert auch länger, als ich gedacht habe. So. Okay, das brauche ich noch mal schnell. Ich versuche gar nicht. Äh, was denn? Das war nicht teuer. Das war nicht teuer. Äh, 29. 29. Ja. Tsch. So, das brauche ich. Ich glaube, ich muss. Da laufen noch welche, oder? Die sind noch nicht kaputt. Die sind noch nicht kaputt. Das dauert aber eigentlich. Oh, yeah. Ich habe noch einen Aufklärer. Ja, genau. Den nehmen wir zum Aufklärer. Nummer 3. Und schicke ihn mal zum Aufklärer. So eine Aufgabe ist halt. So. Man, ich glaube, es dauert auch lange. Ich hoffe, ob es geht. Hm. Oh, wo bin ich angegriffen? Wo bin ich angegriffen? Wo bin ich angegriffen? Hier. Oh, die Klingbe. Hallo? Du Scheiß. Dieser Bauherr hier. So. Ach ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Ist das schön? So. Oh, lange muss die Gebäude kaputt gehen hier. Ist der irgendwo heimlich repariert oder so? Oder ist der Schrott? Und der hier? Ah, der Haufen ist Schrott. Okay. Nein, so schwer das wie heute interessiert mich gar nicht. Oh, nee. Das wird wieder interessant sein. Okay. Muss man aufklären? Na, noch nicht viel aufgeklärt. So, dann marschieren wir da hinten hin. Wir müssen hier noch was suchen. Muss ich eigentlich in der Nähe dieses Gebäudes bauen, der Reine bauen, um da ranzukommen, um die Vorteile zu genießen? Hey, bleib dich an. So, da hat sich mein Aufklärer getötet. Lump, ähnlicher. Naja. Wir müssen weiterkommen. Wir müssen aufsteigen. Ich kann auch nicht aufsteigen. Ich will mir noch ein Gebäude, um aufzusteigen. Holz haben wir ja noch weiter. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal die hier bauen. Warum mal? Lada-i. So. Nahrung. Okay, braucht es ja nicht viel. Warum mehr Nahrung? Auch nur Nahrung. Was ist das denn? Handelsschiff? Leichter Transporter. Kundelsschiff für Handelsschiff. Ich baue noch mal ein. Jetzt, endlich. Okay. Ich tue mal auf die Taste 4, damit ich nicht aufsteigen kann. Aber das nütze ich ja gar nicht. Nur hier. Und dann machen wir es hin. So. So, okay. Okay. Dann kommen wir mal da hin und kräumen das mal weg. Was können wir machen jetzt? Machen wir platt jetzt. Schau zu voll. So. Wir haben am Anfang so viele Schwierigkeiten gemacht, der Lumpf. So. Ich versuche wieder mit WRD-C zu lenken. Mann, das ist nervig. So. Hä? Okay. Dann können wir noch mal Platz bauen. Dann können wir mal hier irgendwo hinsetzen. So inzwischen. Ehrlich. Kostet genau. So. Nicht genug Nahrung. Ausgebrottet. Oder das? Äh. Nicht genau. Nein. Aufgegeben. Ach, der hat aufgegeben. Ah, stopp. Ach, der hat aufgegeben. Komm, wir brauchen nicht mehr schießen. Hat aufgegeben. Dann brauchen wir nichts mehr machen. Ach, der hat aufgegeben. Ach, der hat aufgegeben. Er aufgegeben. Wir schießen immer noch. Wir hören nicht auf, zu schießen. Total cool. Könnt ihr nicht hören? Wir hören nicht auf, anzugreifen. So, klar. Ich muss jetzt dieses komische Dorf finden. Äh, diese Ruine. Okay. Komm mal dahin. Okay. Okay. Dann marschieren wir dahin. Und zwei marschieren dahin. Oh, guck mal, was wir so finden. Und ein Schiff fertig. Hätte schon selber zur Arbeit gefahren. Das ist gut. Das ist hervorragend. Was ist das denn hier? Oh, cool. Das ist gut. Das bauen wir gleich mal. Da müssen wir eigentlich irgendwann mal aufsteigen können, oder? Ah, da ist es. Okay, da haben wir es hier. Da haben wir es. Da muss man auch einen Siedler dahin stellen, ne? Warte, wie läuft das? Die Vorteile zu genießen. Okay. Ein paar noch einen Siedler. Ich muss noch ein paar Häuser bauen. Pilaré. Hombus. Pau ein Häuschen. Pilaré. Wo ist das? Da ist das. Was muss ich da hinbauen? War ich das denn? Haus in der Nähe bauen? Gaube Ruine. Ah, das habe ich schon. Achso. Okay. Nahrungsvorräte auf 800 bringen. Okay. Das ist noch ein bisschen Schatten des Krieges. Das muss man mal weg machen. So. Wir haben es jetzt gleich geschafft. Das muss man auch genau ran schaffen. Höhen. Okay. Hä? Was ist das Problem? So. Ne, ne? Gibt kein Problem. Nein? Nein, kein Problem. Alles gut. So. Du wirst ja irgendwas Schönes, das wir brauchen könnten. Ne. Für eine Urine oder so, ne. Und den können wir wieder zurückfahren. Alles klar. Okay. Dann brauchen wir auch nichts mehr tun weiter, ne? Müssen wir nur um die Namenverschaffung kümmern. So. Und dann haben wir auch mal nicht bald die Nahrung zusammen, die wir brauchen. Alles klar. Okay. Bam, 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 bam. Und noch ein Arbeitslosen hier irgendwo. Oh, es kann laufen. Nein. 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 Das ist ja ein Punkt, das ist ja ein Punkt, das ist ja ein Punkt. Das ist ja auch nichts, ne? Okay. Alles klar. Passt denn die Musik in die, ne? Aber die brauchen ja nicht stören, ne? Aber warum kostet eine große Menge Nahrung? Das ist ja ein Punkt, das ist ja ein Punkt. Und das war eine Prozent längere Folge jetzt. Da können wir nichts mehr dann wieder rein. Bogenschützen haben wir noch aufgebaut, aber auch keine weiteren. Ja. Ich glaube, das ist ja auch nicht. Das ist gut. Da sind auch keine Feinde mehr da. Beide einzig Gegenern. fährt aber eine bahn händen die bahnstation finden die aufnahme ich schreibe hier nicht Ja, das ist ein interessantes Erfrier. Also jetzt bin ich schon noch. So. Okay. Wie viel Naum fehlt uns denn noch? Wo war noch? Ja, 500 ungefähr, ne? Haben wir noch mehr Bauern irgendwo rumstehen, die wir verpflichten können dafür? Und Holz brauchen wir ja keines mehr, ne? Hopp, kommen wir hin. Hopp, kommen wir hin. Das stört immer selber laufen, oder? Das ist ein Teil der Kampfspurte. Kann man nur das auch nicht wegdrücken, mal schnell. So. Ah, ich hätte mal eine Taste hier legen können bei OPS, ne? Ah, Mist. Stimmt. Entschuldigung. Hm. So. Ja, baue du auch eine. Ja, komm. Wir brauchen Naum. Wir brauchen Naum. Es muss ein bisschen zügiger gehen. Wollen wir da noch eine? Ich bringe mir das Holz noch weg. Und dann brauchst du auch so eine schnelle Maimhütte. Man kann was Naum kaufen, ne? Wir haben Goldvorriete. Äh, so. Äh, hopp. Ja, hier, komm. So. Können wir das tatsächlich machen? Können wir tatsächlich Naum kaufen? Nee, man kann ja nur... Hab ich jetzt Naum verbraucht? Nee, oder? Doch, ich hab Naum verbraucht, ne? Ja, das kostet Naum. Ach, verdammt. Nee, ich kann... Ich kann nichts verkaufen. Ah, schade. Kann ja nichts verkaufen. Dann kannst du hier, äh... Also, Sachen forschen halt. Die kosten wieder Naum, das will ich nicht. Oder irgendwas verbessern, ne? Äh, das kostet alles Geld. Was wollen wir nicht? Da steht ein Schiff. Und jetzt rum. Da ist leer gefischt hier. Wir haben schon das leer gefischt hier. Oh, es tut da. Ist noch was zum Fischen. Aber es ist leer gefischt. Weil es tot gefischt. Wir gehen mal forschen, ob da noch was ist. Sonst müssen wir hier hinten noch vorfischen. Da. Ah, hier ist noch was zum Fischen. Siehst du wohl? Geht doch. Klapp doch, klapp doch. Das hier alles weggefischt auch schon. Dann gehst du auch da forschen. Fischen. Total überfischte hier. Geschichte. Ja, das ist typisch das Problem. Menschen, nicht wahr? Überfischung. Ach, ne, Alter. Wir haben uns noch 300. Wir haben das geschafft. Dann reicht das für heute. Dann muss ich nicht auf meine Kraft umspringen, weil ich erwartet. So. Also, das ist geschoben. Mal erst die. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe die Maus bewegt, natürlich. Verdammt, doof, 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 doof. Äh, das ist diese. Das ist die, die wir in Reise. Das ist schon wieder gefasst. So. so ich habe das alles verrät während des spiels herrlich herrlich 200 ja ja gut ist doof das nervt ich will diese hinweise gar nicht haben nichts mehr aufzuklären brauchen ja nichts davon aber hier noch ein arbeiter wir haben es geschafft wir haben es geschafft endlich die götter haben unseren großen pharao narme gesegnet und unser volk vereint ägypten ist dazu bestimmt die größte zivilisation zu werden die die welt je gesehen hat der pharao hat ihnen einen platz auf dem steinrelief versprochen das zu ehren seines sieges erstellt wird aus naheliegenden gründen wird ihre abbildung natürlich nicht so groß sein wie seine das sieht ganz gut aus kann man sehen wie es abwärts geht mit den unterägypten naja habt euch wohl bis demnächst euer joggel ciao